Hallo Freunde. Das haben wir im letzten Video so fertig gezeichnet und wir übernehmen das. Wir haben heute einen wunderschönen Wintertag, minus 6 Grad und wir beginnen mit einem Lineal von hier oben nach hier einen Strich zu zeichnen. So, wir setzen uns das an. Ziehen uns einen Strich. Anschließend, ich nehme ein anderes Geodreieck, weil hier kann ich die 5 mm besser einzeichnen. Wir nehmen uns 5 mm hier und zeichnen dieses Mal nicht nach außen, sondern nach innen. Und zwar brauchen wir nicht bis oben zu zeichnen. Hier genügt, von hier bis hier. Und das machen wir hier. Hier zweimal, hier zweimal, hier zweimal. Insgesamt 20 mal, also noch 19 mal. Legt euch einfach zurück und schaut einfach zu. Das war's für heute. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So, und nun gehen wir ran und werden unsere Module rausgradieren. Und zwar aus diesem Wirrwarr. Ist ziemlich einfach, man muss nur die Gedanken zusammenhalten. Das ist ein Modul, gefolgt von dem nächsten Modul. Und nun müssen wir drüber drunter machen, mit dem Edding machen und dann wird das ziemlich klar. Es gibt einige Dinge, die will ich nicht wegradieren. Die radiere ich hinterher weg, aber die Bandverläufe im Inneren, die wollen wir wegradieren. Los geht's. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.